PIPP 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 Hallo und herzlich willkommen zu dem 25. Festival des goldenen Spatzes. Wir sind die Pixel Shadows. Und nun viel Spaß bei den ersten Pixel News. Wir sind die Wanderer, Ich nicht liebte nicht mit jedem. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer, I roam around, 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 around Oh, well, let's flow on my left arm and there's Mary on my right arm And Janie is the girl, well, that I'll be with the night arm So ich heiße Mikon Ich heiße Leon Ich heiße Kevin Also ich heiße Clara Und ich heiße Julia Charlotte Sophia Yannick Klara Ich heiße David Wo kommst du her? Aus Sachsen Aus Luxemburg Erfurt Dietfurt aus Bayern ist in der Nähe von Ingolstadt, also schon ein bisschen weg, aber bei Ingolstadt Aus Emzohan Aus Köln Aus Witten Kennt ihr ein Wort mit P? Äh, Popcorn Papagei Pinguin Pinguin Ja, Popel Mein heutiger Studiogast ist der Regisseur und Produzent vom Film P is for Prince and Princess und sein kleiner Sohn Hallo In dem Film gibt es ja auch um Wörter mit P und so und Fingerabdrücke, da haben wir jetzt überlegt, Fingerabdrücke, Wörter mit P, arbeiten sie vielleicht mit der Polizei zusammen? Stimmt, das wäre auch eine gute Idee, Fingerabdrücke mit Polizei, nee, ich arbeite nicht mit der Polizei zusammen Okay, und das wurde direkt auch im Fernsehen dann ausgestrahlt? Genau, das wurde im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt, in Deutschland lief es noch nicht Also haben sie auch ein bisschen Kosten gespart mit dem eigenen Sohn quasi oder hat er auch ein bisschen was abbekommen? Ja, also letztlich ist es natürlich einfach mit der eigenen Familie zu stehen, mein Kollege dessen Tochter hat auch den anderen Fingerabdruck gemacht und so das sind ja nur kleine Szenen, also da haben wir jetzt kein großes Casting machen müssen Wann sind sie denn glücklich? Wenn es mir gut geht und die Kinder bei mir sind Wenn ich bei meiner Mama bin Wenn ich bei meiner Oma schlafe Wenn ich mit Mama zusammen bin Wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, bin ich glücklich Wenn ich ein Eis habe oder irgendeinen Quatsch mache Wenn ich meine Mathe eine gute Note kriege, also nie Ähm, jetzt? Ähm, wenn ich bei meiner Familie bin Und wie sieht ihr Gesicht aus, wenn sie glücklich sind? Nein, so wie jetzt Gut Gut Hi, ihr seid doch von Onscreen, richtig? Ja, genau Sagt mal, was macht ihr denn heute hier? Äh, das ist eine gute Frage Wir lassen zwei Zuschauer, die hier reinkommen, gegeneinander antreten Wir machen quasi ein Computerspiel Battle Wir machen ein Computerspiel Battle Ähm, und bringen halt den Leuten so ein bisschen Gaming und Computerspielen hier ein bisschen näher So, die neuen Medien Und, ja Mein nächster Studio Gast ist die Hauptdarstellerin im Film Hip Horses, Mia Hallo Hallo Ähm, du lebst ja auch so im realen Leben auf dem Bauernhof Wie kann man sich denn so vorstellen, so wie das so ist auf dem Bauernhof zu leben? Hast du da viele Aufgaben, immer früh aufstehen oder so? Ja, also es ist schon schön und Aufgaben habe ich auch, ähm, bei den Pferden Und wie kann man sich denn eigentlich so vorstellen, ähm, bei den Dreharbeiten wurde ja quasi dein normales Leben Die ganze Zeit mit der Kamera verfolgt, konntest du noch normal leben, wie immer, oder war das doch ein bisschen anders? Es war doch ein bisschen anders, aber es war eigentlich toll so vor der Kamera Also eine schöne Erfahrung Ja Du hast ja dein Pferd gezählt, wie kam das so, dass du da so die Idee hattest, ja ein Pferd und so Und wie hast du das dann so geschafft? Naja, also die Besitzerin von, äh, dem Pferd hatte halt ein Kind bekommen, also wollte ein Kind bekommen Und da musste sie halt jemanden finden, der in der Zeit halt mit Charlie, naja, Spaß hat Dieser Becher ist viel zu groß für mich Wenn du willst, können wir tauschen Ja, Dankeschön Wir waren heute in dem Film Hans im Glück Der Film hat uns relativ gut gefallen, jedoch sind wir der Meinung, dass Leute, die das Märchen schon kennen, nicht wirklich viel Neues entdecken werden Der Film ist ja ab 8 Jahren empfohlen und wir finden, das ist ein gutes Alter Außerdem sind die Kulissen und Landschaften echt wirklich schön gewählt Und Maggie, wann hattest du das letzte Mal Glück? Genau, gerade, ich habe nämlich Gummibärchen Wenn du willst, kannst du welche abhaben Na klar, Dankeschön Wir sind die Pixel Shadows Und jetzt kommen die News vom zweiten Tag Musik In diesem Kinosaal läuft gleich der Film, Jan und Henry trennen Müll Nun wollen wir von den Besuchern wissen, was für sie Müll ist und wer zu Hause den meisten Müll produziert Papier Papier Plastik und Pappe Plaste Ich messe zu Hause immer ganz viel Papier rein Ähm, Essen oder so die Reste Ja Oder, oder Plastik Bilder, die man, wo man was vermeilt hat und dann nicht mehr schön aussieht Kuh rollen, die alle sind und Küchen und leere Küchenrollen Also bei mir machen alle den meisten Müll zu Hause Bei mir auch Mama Bei uns ist es manchmal unterschiedlich Bei mir ist es meistens unterschiedlich Und bei mir auch Mama Ähm Papa Bei mir zu Gast ist jetzt Juri aus vom Baumhaus In der Folge vom Baumhaus geht es ja um die Mülltrennung Ist für dich die Mülltrennung auch genauso wichtig? Auf jeden Fall, klar Also ich meine, es ist ein Beitrag, den jeder leisten kann zum Umweltschutz Und es wurde ja ausgestrahlt in einer Woche im KiKA, in der es eben um Umweltschutz ging Ja Und deswegen haben wir eine Folge gemacht, wo wir dachten, dass man auf lustige Art und Weise mit Jan und Henry, den beiden süßen Erdmännchen, das Thema vielleicht rüberbringen kann Was halten Sie denn da, also was hältst du davon mit dem Plastikmüll? Sollte man den eher abschaffen oder so ein bisschen Plastik da lassen oder? Naja, grundsätzlich glaube ich, sollte man einfach Müll vermeiden, da wo es geht Und natürlich trennen, wo man kann Also klar, dass man jetzt Biomüll und Verpackung und das bisschen auseinander hält Und Papier abgibt und Glas zum Altglaskontainer Das ist ja mittlerweile zum Glück selbstverständlich Und denkst du, dass es die Kinder, sag ich jetzt mal, so besser verstanden haben Durch deine Erklärung oder ob sie jetzt vielleicht, ich sag jetzt mal mit offenen Augen durchs Leben gehen und mehr auf die Umwelt achten? Also es ist ja unser Ziel, natürlich irgendwas zu bewirken Aber natürlich nicht mit dem Zeigefinger und sagen Du, 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 schön Müll trennen, immer alles schön sortieren Ne, ne, wir versuchen eben mit einer lustigen Geschichte einen Inhalt zu transportieren Und ich hoffe, dass es uns geglückt ist Aber, dass wir hier nominiert sind und im Wettbewerb laufen Ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht ganz falsch gelegen sind Also mit einer witzigen Geschichte einen wichtigen Inhalt rüberzubringen Wir waren in dem Film Jan und Henry trennen Müll vom Kika-Baumhaus Dabei wollten die Erdmenschen den kompletten gesammelten Müll in einen Mülleimer werfen Juri musste den beiden erklären, dass man den Müll trennen muss Da das ein Mini für kleinere Kinder ist, musste die Geschichte sehr einfach gehalten werden Das ist ihnen sehr gut gelungen Das Alter für diesen Film ist auch sehr gut gewählt Denn es können auch kleinere Kinder verstehen Abschließend kann man sagen, dass der Film den Kindern Spaß bringt Und noch eine Lektion erteilt HALT! Ihr dürft es aber nicht übertreiben Musik Heute läuft der Film Wir Kinder aus dem Möwenweg, wir kommen in die neue Schule Und wir haben die Kinder mal gefragt, auf was sie sich in der Schule am meisten freuen Auf meine Freunde Auf Englisch und meine Freunde Ich freue mich dann, dass ich glücklich bin Dass ich vielleicht auch manche Dinge ein bisschen eine Eins kriege Zuckertüte Wenn man sozusagen zusammen mit Freunden sein kann und in der Pause am meisten Und wenn der Unterricht nicht zu anstrengend wird Auf Ausfall Ich freue mich auf Mathe, weil ich da ganz gut bei Mathe Rechnen bin und ich bin ganz gut in Rechnen Kunst Auf den Kunstunterricht Französische Kunst Als nächstes habe ich hier Lisa Kloth Sie ist die Autorin von Wir Kinder aus dem Möwenweg Wir kommen heute in die Schule Meine erste Frage wäre Es gibt ja schon ein Buch Warum haben Sie dann noch einen Film dazu gedreht? Das ist eine gute Frage Ich glaube nicht, dass es nötig sein sollte, nur ein Film oder nur ein Buch zu haben Ich denke, das ist eine Bereicherung Die Bücher haben viele Fans offensichtlich Die kamen sehr, sehr gut an Und dann dachten wir, das ist doch toll Dazu auch dann bewegte Bilder zu haben Wie haben Sie sich denn für diese Rolle inspirieren Also für die Rollen oder Figuren inspirieren lassen? Also zum einen natürlich in den Büchern selber Zum anderen im eigenen Leben Also ich fühlte mich da sehr an die eigene Kindheit zurückerinnert Ich bin auch mit zwei Brüdern aufgewachsen, genau wie die Hauptfigur Tara Herzlich willkommen im Studio bei mir Hier sind heute Matthias Franzmann und Peter Krocker, Redakteure aus dem Kika Meine erste Frage ist Das ist doch für Vorschulkinder gemacht Ist das Vorschulfernsehen für Kinder wichtig? In dem Medienbu, also du hast schon mal richtig gesagt, ist für Vorschüler Und Vorschulfernsehen ist für Kinder wichtig, weil Kinder lieben Fernsehen Also auch jetzt noch, auch mit Internet, mit Radio, mit allen anderen Medien Ist Fernsehen immer noch das wichtigste Leitmedium, auch für Kinder Und somit bieten wir für Kinder, für Vorschulkinder ein tolles Programm an Aber Kinder sollen doch eigentlich draußen in der Natur spielen und nicht Fernsehen schauen Was ist da ihre Meinung? Ja, na Enemenebu und auch alle anderen Programme sollen ja jetzt nicht ersetzen, dass Kinder draußen spielen Das ist wichtig und das würden wir auch immer so betonen Enemenebu zum Beispiel regt ja Kinder viel mehr an selber tätig zu werden Ich würde gerne mal wissen, wie sie auf die Sendung Enemenebu überhaupt gekommen sind Im Grunde genommen haben wir geguckt, was noch fehlt im Programm und haben gesucht nach einer Sendung für Vorschüler, wo die Kinder auch im Mittelpunkt stehen Also Vorschüler machen quasi Programme für andere Vorschüler Wir verzichten größtenteils auf Erwachsene, die im Bild gar nicht zu sehen sind Klar findet was unter Anleitung statt Aber wir wollten gerne zeigen, dass im Mittelpunkt der Sendung sollten Kinder stehen Und so machen Kinder Programme für Kinder Das gab es vorher noch nicht Und so ist dann in einem kreativen Team bei uns im Haus Enemenebu entstanden Der goldene Spatz in Gera fliegt nicht nur im Kino herum, sondern auch außerhalb Wir waren mit unserer Kamera beim medienpädagogischen Programm im Zabel-Gymnasium Hier ein paar Impressionen Als nächstes zu Gast sind Nia und Delfin Lohmann Wie alt seid ihr denn? Wir sind jetzt 12 geworden im April Und konntet ihr euch denn in den Rollen, die ihr gespielt habt, wiederfinden? Ja, doch ich total, weil ich bin voll wild, ich bin frech, ich bin abenteuerlustig, ich bin laut Verrückt, ja Und ich halt gar nicht Ich bin gar nicht die Lotte, ich spiel kein Klavier, ich bin nicht, äh, ich bin jetzt, äh, nicht leise Ich bin nicht die Bräste Aber sie ist besser in der Schule als ich Was war denn das coolste, was ihr in dem ganzen Film für euch gedreht habt? Das, ähm, Surfen Genau, da haben wir extra Surfen gelernt Und das war auch total witzig Und bei der Szene, wo die Mia und ich, ähm, äh, surfen mussten, ne? Und wir gerade bemerkt haben, dass wir Zwillinge sind Wenn man genau, äh, wenn man genau hinschaut auf meinen Mund, dann sieht man so, äh, und die Mia hat immer gesagt, wir werden untergehen und sterben und jemanden hier trinken und niemand wird unsere Leicht finden Aber dabei sind wir nie runtergefallen und wenn sie es nicht gesagt hat, sondern gut drauf war, sind wir immer runtergefallen Und ihr würdet wahrscheinlich am liebsten auch euer Leben lang zusammenbleiben und... Na klar Na ja Mensch Sind auch Schwestern Ich hab auch ne Schwester, aber... Wie alt ist die? Meine Schwester ist zwölf Oh... Und ich bin fünfzehn Aber... Und sie denkt immer... Du bist größer, oder? Ja, ein Zentimeter Sie wiegt auch ein Kilometer, äh, ein Kilo mehr als ich und hat auch ne Schuhgröße mehr als ich Ich war nämlich... Ich war vorhin schon einmal ganz kurz in eurem Film, weil ich ja auch hier noch zu tun hatte Und da hab ich auch gesehen, dass du gefühlt... Also am Anfang warst du gefühlt für mich viel größer als sie, aber... Ja, das denken die meisten Aber... Und dann denken die meisten auch, wir haben auch nen Bruder, der... Hier... Ja... Tag 3 Verdammt, unsere Schatten sind immer noch auf der Leinwand Denn wir sind die Pixel Shadows Und wir sind überall Und was ist jetzt mit den Pixel News? Die kommen jetzt Ey, Ruhe da vorne! Ey Flo, weißt du eigentlich, was alles so im Popcorn drin ist? Boah, keine Ahnung, ich bin doch kein Forscher Dafür haben wir ja unsere neuen angehenden Forscher Wir waren im Film Nektons die Abenteurer der Tiefe Um mal zu fragen, was die Kinder so gerne erforschen möchten Und was ein Forscher immer dabei haben muss Ich würde mal gerne Auch solche Riesen-Oktopusse erforschen Keine Ahnung Also ich würde gerne Die tiefste Schlucht der Welt Erforschen Ich würde gerne das Universum erforschen Das Ende des Universums Ich habe keine Ahnung Das schwarze Loch im Weltall Was nach dem Tod passiert Ja, Bakterien Oder Krankheiten Irgend so was Ja, ich würde gerne medizinisch noch was erforschen Ich würde gerne einen Blauwaller erforschen Eigentlich nichts Ja, richtig gerne Und zwar Wie Mathematikunterricht Spaß machen kann Yummy, yummy, yummy I got love in my tummy And I feel like I'm loving you Help you such a sweet thing good enough to do Wie ist es denn so beim Fernsehen so zu arbeiten Ist es eher anstrengend oder ist es eher so ein Job, wo man sagt, es ist alles ruhig und man hat eher mehr Ruhe als zum Beispiel, weiß nicht, als Lehrer mit Kindern oder so oder ist es da etwas ruhiger? Nein Also es ist tatsächlich nicht ruhiger beim Fernsehen, es ist ein sehr spannender, interessanter Beruf Immer wieder was Neues Du kannst auch mal mit auf den Dreh fahren und lernst immer wieder neue Leute kennen Du musst dir immer wieder neue Sachen ausdenken Also es wird nie langweilig, es ist ein ganz spannendes Feld Wir sind auf dem Weg ins Kino zum Wettbewerb 11 Dort läuft ein Film über Flüchtlinge und über den Frieden Wir wollten von den Kindern wissen, was sie unter Frieden verstehen und was für sie Frieden ist Wenn alle miteinander Freund sind Für mich ist Frieden Peace und halt ein glückliches Zusammenleben, ein friedliches Zusammenleben, ein gutes Zusammenleben Frieden ist, dass keine Menschen sich mehr gegenseitig in Krieg, so gegeneinander abschießen und so halt Dass es keinen Krieg mehr gibt, sondern Frieden schließen und so halt Und nicht so immer so, ach das gehört jetzt mir und nein, das will ich haben Dass alle Menschen miteinander glücklich leben und es keinen Krieg gibt und sowas Dass Menschen sich nicht gegenseitig kämpeln oder streiten Wenn alle glücklich sind Für mich ist Frieden, wenn alle friedlich zusammenleben und keiner jetzt Streit macht oder andere halt ärgert und alle einfach sich nicht prügeln, sondern es, naja, so regeln, dass es nicht verläuft Wie bist du denn zu deiner Rolle gekommen? Also ganz durch Zufall, weil ich habe den Aufruf auf Facebook gesehen, so gestanden, dass eine Hauptrolle gesucht wird für diesen Film Und ich hatte dann keine großen Hoffnungen oder so, ich bin einfach zum Casting gegangen Und dann habe ich es auch fast wieder vergessen, weil sie haben lange gewartet auf eine Antwort und so Und dann nach Monaten haben die mich zum Recall nach München gerufen Und das war dann schon, das war dann schon für mich schon eine tolle Erfahrung Dann habe ich noch die Rolle bekommen, dann war ich total glücklich, aber eben eigentlich sehr durch Zufall Guten Abend, Gute Nacht Ja, ich kann nicht mehr Komm, das ist nur noch ein kurzes Stück Na komm, ich helfe dir Na gut Ich bin so aus der Puste, ohne dich, China, hätte ich das niemals geschafft Ja, aber wir haben es geschafft Genauso wie Amelie gerade in dem Film Amelie rennt Diesen Film haben wir uns nämlich genau gerade im Kino angesehen Ja, Amelie hatte Asthma und hat es auch einen großen Berg hoch geschafft Um ehrlich zu sein, hat uns der Titel des Films nicht so ganz überzeugt Jedoch hat uns der Film im Endeffekt echt gut gefallen Und am schönsten war die große Kulisse Und die Schauspieler wirkten auf jeden Fall sehr überzeugend Wir würden den Film auf jeden Fall weiterempfehlen, da er uns sehr gut gefallen hat